und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf pnv simulation ich bin der bio begrüße euch ganz herzlich und ich freue mich natürlich dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen folge zu sie drei auf diesem kanal so wir sind heute wieder unterwegs und zwar auf der strecke im münchen hauptbahnhof nach lübeck hauptbahnhof das ganze beginnt in zelle und endet lasst mich lügen in uelzen das ist heute wie gesagt unser fahrplan immer hier haben aber natürlich nehme ich all euer feedback mit alle eure fragen und kommentare und deshalb ja werde ich mal probieren heute was neu dazu zu schalten und zwar haben wir einmal unser fahrgast information unsere fis und wir haben heute mal ihr seht zack unser sag schon und zwar unser buch fahrplan unser elektrischer das wollen wir jetzt dementsprechend beides natürlich benutzen wir sind heute mit dem tfz 402 unterwegs so steht es hier drin 451 tonnen maximal geschwindigkeit 280 km h und fahr das ganze heute mit also laut die zugnummer ist dann heute icea 584 so jetzt habt ihr schon mal alles das was wir haben zug wird aufgegleist 19 uhr 51 also wir fahren heute mal in den abend rein und bevor wir das natürlich machen können wenn wir jetzt das ganze jetzt erstmal hier soweit einstellen so fangen wir mit dem fahrgast information mit der fis an und deswegen würde ich sagen fahrzeugführer nummer ist egal die spielt keine rolle da können wir irgendwelche x-polibigen zahlen nehmen so anmeldung einer fahrt bitte betriebliche zugnummer und das ganze ist jetzt hier die 584 und da haben wir es ja da sehen wir fahrzeug id und das ganze bestätigen wir mit ok zugnummer wird aktivierte bitte warten zumindest sieben stunden ja wir sind natürlich noch nicht aufgegleist so das ganze machen wir natürlich jetzt auch mit dem buch fahrplan gehen wir unten auf zug tippen auch hier 584 ein 584 bestätigen das ganze noch mal mit eben und fahrplan ist gültig so jetzt seht ihr das ganze ist jetzt schon mal hier so ein bisschen in aktion so wie ihr seht also es funktioniert ohne probleme ihr müsst natürlich in euren einstellungen müsste das natürlich dementsprechend so einstellen halt dass das ganze denn ihr müsst nämlich die tcp also den server starten das funktioniert das ganze wir lassen uns jetzt mal aufgleisen und achtet mal auf das fis da müsste man also warte mal müsste jetzt hier so jetzt müsste normalerweise die zahlen eigentlich runtergehen hier fehlt der zda eintrag ich habe mir extra eine strecke rausgesucht wo angeblich die fahrgastinformationen da drin sind das scheint ja wieder super zu funktionieren so jetzt können wir hier ein bisschen warten auf jeden fall ihr seht das geht ganz langsam runter wir sind gerade bei 13 uhr fünf also wie was aus dem buch fahrplan lesen ja also da können wir uns jetzt ein bisschen unterhalten also erstmal vielen dank wie gesagt für alle kommentare jetzt auch in den letzten zu sich wie das natürlich und mein gott ihr habt augen und ohren das ist der wahnsinn letztens in den falschen zugang gestiegen aber das kurios an der ganzen sache ist dass ich das eigentlich immer alles auf meinen zellchen schreibe ich hier damit ich natürlich jetzt nicht wie so voll rum klinge oder so sondern schreibt mir natürlich ein paar notizen und da stand das drauf ja das ist nicht ganz verstanden er spult jetzt extrem langsam bis 19 und 10 spulte jetzt das vor hei leute das kann jetzt noch ein bisschen dauern auf jeden fall da wie gesagt an der stelle vielen vielen dank also ist schon ziemlich cool dass ihr da so mit fiebert dabei seid hier mit unserem projekt hier in zu sie drei also das ist schon ja ihr seht ich beschäftige mich damit jetzt auch relativ viel sonst würde das ganze jetzt nicht funktionieren ihr habt ja danach gefragt gehabt weil ich das ganze mal mit der fiss machen können und halt auch mal mit dem buch fahrplan und natürlich können wir das machen so er spult extrem langsam das ist jetzt natürlich ein bisschen schade da geht jetzt zeit flöten das ist das wahnsinns 16 uhr wir werden 19 uhr 51 aufgegleist das ist ja 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 das ist natürlich ein bisschen fehlende ist halt das spulen schneller geht es halt auch nicht also du kannst jetzt nicht zwei dreimal aufdrücken oder sowas damit das ganze spult und ich habe jetzt aber nicht gerechnet dass es jetzt so lange dauert in der regel da geht schneller aber ich hatte schon mal in einem video mal gesagt gehabt dass ihr nicht gleich beenden sollte oder sowas weil ihr denkt dass das abgestürzt oder sowas jetzt seht ihr mal in real life wie schnell er eigentlich spult das dauert und wenn man natürlich um 13 uhr schon aufgegleist wird obwohl man erst um 19 uhr 51 fährt ja das ist natürlich ein bisschen fehlende so aber wir haben es aber geschafft haben wir 50 minuten sind es noch läuft ging mal hin ging mal hin so lange kann ich euch ja hier zu texten der ein oder andere mag das ja so ja also wie gesagt dazu die das ganze ist ja jetzt die aerosoft edition jetzt mittlerweile wo die aerosoft version die ist ein bisschen aktueller glaube um eine versionsnummer aber sonst das tut dem jetzt nicht weh oder sowas dass wir die jetzt nicht haben im großen und ganzen ihr seht es funktioniert einfach alles das ganze auch mit dem mit den zusicht displays und alles was da haben wir jetzt keine probleme mit finden wir eigentlich ziemlich cool dass das ganze jetzt dementsprechend funktioniert und es ist halt auch gar nicht schwer ja um das ganze zu verstehen wenn man es dann wirklich erstmal weiß wie das ganze funktioniert ist das kiki ja und es macht natürlich den zusicht simulater nochmal deutlich interessanter hat dadurch weil ihr halt euch noch die ganzen displays halt einfach dazu rufen könnt und dann könnt ihr das ganze halt machen normalerweise habe ich mir extra eine strecke ausgesucht wo die 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 zda einträge sind ja also den sogenannten ansage gedöns zeugs ja und das ist eigentlich eine strecke wo das zeit drin sein soll weiß ich nicht warum das jetzt nicht mehr vorhanden ist so und ihr seht jetzt wenn wir gleich aufgegleist hier passt tak da sind wir und wir können jetzt endlich loslegen wir sind jetzt hier bei 160 160 gibt ihm nach oben und so wir haben da vorne ein grünes signal sprich wir können es bestätigen und los geht's glaube wir haben keinen halt auf der strecke aber das ist einfach nur eine reine durchfahrt die wir heute haben dauert aber insgesamt 25 minuten oder 30 minuten irgendwie sowas in dem dreh also ist schon ein bisschen was zu tun ihr seht es ja auch eine essig zelle ihr seht da auch da die verspätung ja falls wir verspätung haben sollten jetzt ist natürlich die frage wie wollen wir das machen wollen wir das hier irgendwie einfach so hin hängen oder sowas oder wie könnte man das jetzt für euch jetzt am besten sichtbar machen wenn der mal in die kommentare posten wie das in zukünftig haben wollt wenn ihr jetzt diese ganzen sachen natürlich mit sehen wollt dann schreibt das in die kommentare falls das jetzt irgendwie nervt oder sowas der muss natürlich wieder in die kommentare schreiben dass es wieder nervt ja also ihr seid da jetzt so ein bisschen die bestimme ich kann euch jetzt das ganze jetzt dementsprechend aussuchen wie ihr das jetzt haben möchtet das problem ist ja das ist ja hier der ic hier die wir hier haben da geht das noch die anderen modelle da hast du schon wieder probleme mit naja also so Ich brauche trotzdem den Buchfahrplan, damit ich immer gucken kann. Mal rüberlinsen, ob hier alles richtig ist. 150, na gut. Das sehst du jetzt nicht mehr? Was ist jetzt los? Hallo? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gerade überhaupt nicht reagiert. Zugverhaltung. So. Das ist jetzt hier von 120, das bis zu 120 Cent, ne? So, grünes Signal. Ja, hier ist schon ein bisschen mehr Verkehr auf jeden Fall. Lieber einmal zu viel als zu wenig gedrückt, ne? Ja. Man kann ja nie wissen. So, ab hier ist wieder 150. Mal warten natürlich, bis wir drüber sind. Genau. Ja. So, ah. Und jetzt eigentlich, wie gesagt, hier steht eigentlich 160 drauf. So, damit springt die LZB an. Ach ja, da. Stimmt. Steht sogar drin, LZB. Ihr seht ja jetzt auch in letzter Zeit relativ viele Zusi-Videos hier. Das ist gerade so mein Ding jetzt. Das überholt gerade so ein bisschen Lotus. Der Zusi. Ich bin da gerade so voll in dem Element drin. Das reizt mich gerade so unglaublich, hier noch mehr hier dran zu tüfteln und zu machen und mich immer weiter rein zu versetzen hier. Ich finde das großartig, ganz ehrlich. Das sind zum Beispiel so Sachen, die funktionieren teilweise nur noch bei dem Train-Simulator. Da sind dann meistens so diese TS-Pro-Züge oder sowas, wo du dann das Ganze hast mit der Fahrgastinformationen und wo du das halt einstellen kannst mit dem ganzen Buchfahrplan oder sowas. Aber das sind dann halt auch wirklich nur die Züge, die ihr kauft. Das sind dann halt einfach auch mal so, wenn es nicht im Sale ist, so 15 bis 20 Euro, die ihr da löhnt. Und das kriegt ihr einfach, wenn ihr das Zusi-Paket kauft, habt ihr alles dabei. Ihr habt alles dabei. Jede Strecke, jeden Zug und alles, was ist hundertprozentig mit dem ganzen Zeugs hier ausgestattet. Das habt ihr einfach alles dabei. Ihr bezahlt einmal nur den Festpreis. Ich weiß, ich klinge schon mittlerweile, als ob ich das Ding jetzt hier, als ob ich Entwickler von Zusi bin oder sowas. Nein, bin ich nicht, aber ich weiß, was gute Simulationen ist und wenn mir was gefällt und ich der Meinung bin, die taugt tatsächlich was, warum denn nicht, weißt du? Dann kann man das auch absolut empfehlen. Dann kann man das doch nur einfach empfehlen. Wir fahren direkt an Öschede vorbei. Es kam wohl auch die Frage, ob es auch längere Aufträge gibt, also längere Fahrten, als wir jetzt immer nur diese 20, 25 Minuten. Und ich kann euch beruhigen, ja, gibt es. Da dauert ihr schon mal eine Fahrt anderthalb bis zwei Stunden. Das ist aber auch nicht die vollständige Linie, die ihr da fahrt. Das ist halt auch nur wieder ein Teilstück, aber auch da dauert es schon echte zwei Stunden, also anderthalb Stunden. Ihr habt auch deutlich längeres Material dabei. Bloß ich kann jetzt nicht anderthalb Stunden, zwei Stunden Video jetzt hier reinknallen von Zusi, hier auf YouTube. Weil ich mir vorstellen kann, das guckt sich doch keiner bis zum Ende an, denn, ja. Deswegen suche ich mir halt immer relativ, ja, so Fahrpläne raus, die immer bis eine halbe Stunde, vielleicht 40 Minuten gehen. Das letztens jetzt hier mit dem Trennensimulator von Doof Day Games, ja, der war dann schon Stunde, 15 Minuten lang. Und das fand ich persönlich schon deutlich zu lange. Zumal du da einfach nichts zu tun hattest. Du hattest da keine Siefer, du hattest keine PZB, du hattest da einfach nichts. Das war wieder so eine richtig, richtig langweilige Aufgabe. Und dann hängst du da eine Stunde, 15 Minuten dran, das ist, so was tut weh, denn, naja, so was tut einfach weh. Du willst ja schon mehr machen, weißt du, und dann hindert dich das aber. Und das ist halt der Punkt, wo ich wirklich sage, dass ich Zusi öfter startet mittlerweile als den Trennensimulator. Weil hier habe ich einfach immer alles, ja. Wenn ich jetzt eine Hardcore-Fahrt fahren möchte, dann, ja, habe ich sie hier. Wie so aussieht, haben wir bis jetzt noch keine Verspätung. Schaut doch schon mal ganz gut aus. Ja. Weil ich muss Verspätung haben. Nee. Eigentlich nicht, nee. Also wenn jetzt gerade mal eine Minute oder sowas, kann ich... Allzu lang sein. So. Dort steht nämlich eigentlich plus eins. Also wir haben eine Minute Verspätung. Das war gerade Äschede, wo wir dann vorbeigefahren sind. So, dann kommt Unterluys. Entweder haben wir da Ende, aber normalerweise, wenn es noch ein Ende ist, müsste das doch angezeigt werden, oder? So sieht das eher nach einem roten Signal aus. Wenn die EZB endet, müsste doch da irgendwo diese Lampe angehen, hier unten, ne? EZB Ende. Oder hier Ende, da. Da ist sie Ende. Die müsste doch dann blinken, oder? Wenn die EZB zu Ende ist. Ah ja, guck mal da. Zack, umgesprungen. So, weiter geht's. Oh ja. Also wirklich jetzt, die letzten Tage, nur Susi. Es macht aber auch Spaß. Es gibt immer so diese Phase, wo ich dann einfach nur Homsitzacken kann. Dann gibt es halt einfach diese Phase, wo es einfach nur Lotus ist. Ja, und dann, Susi, die Phase gab es jetzt wirklich noch nicht. Die hat mich jetzt erst richtig, richtig gepackt, jetzt, wo ich sage, so, ah, jetzt kommt ja ein Video nach dem anderen mit Susi. Aber so wird, naja, sieht man halt einfach. Ich habe jetzt auch schon in den Kommentaren gelesen, das sieht halt einfach nicht geil aus. Aber so von dem Ganzen drumherum, das ist schon ziemlich nice. Ja, das ist genau so, wie man sich das halt vorstellt. Simulation muss nicht absolut abgrundtief hübsch sein. Wäre ein Vorteil, den man haben könnte, muss aber nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das schon so oft jetzt in den letzten Folgen gesagt, ich mag diesen Grafikstil. Ich weiß es nicht. Das sieht halt einfach aus, wie die normale Welt halt aussieht. Ja, das Gras ist nicht so wirklich granalgrün und die Bäume, ja, so richtig schön saftig, so. Nein, die Welt ist rotzdreckig, ja. Da ist nicht das Gras so wirklich wunderschön grün. Also, guckt euch einfach mal einmal den Trailer von The Bus an, ja. So sieht Berlin definitiv nicht aus, von der Farbgebung her. Da kommt das hier schon deutlich näher dran. Und das ist halt so, was mich halt auch an Omsi absolut reizt, ja. Das ist dann hier halt genau das Gleiche, weswegen diese Parallelen einfach zu Susi und Omsi einfach nicht weit entfernt sind. Aber das finde ich großartig. So, unter Lüß. Aber auch hier halten wir nicht. Wir fahren einfach komplett durch. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie mal so eine S-Bahn-Aufgabe finden oder sowas. Oder die Ansagen mal funktionieren. Auf jeden Fall werden wir das jetzt, denke mal, in der nächsten Zeit jetzt halt immer dazuschalten, wenn ihr das wollt, dann halt, ja. Also, die FIS und den Buchfahrplan, ne, wenn ihr das möchtet, denn, wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion. Schreibt das unten rein oder wollt ihr das eher nicht sehen, weil ihr doch denkt, das ist doch ein bisschen viel Platz weg. Weil wir werden auch andere Triebwagen fahren, ja. Da wird das mitten einfach in diese Scheibe reinknallen, ja. Also, der hat jetzt die relativ viel Plaste ringsherum noch, so, ja, wo man es halt noch gut verstecken kann. Aber wir werden halt auch Triebwagen fahren, die halt einfach mal weniger Plaste haben. Und da hängen natürlich diese Monitore dann extrem weit in die Luft drin, ne, also. Aber wenn ihr das gerne möchtet, dann möchte ich euch natürlich dem Wunsch nicht verwehren und zeige euch das natürlich. Gut, was haben wir hin, was haben wir hin? Süderburg kommt. Aber auch hier keine LZB-Ende, wir müssen nichts beachten. Wir haben plus 0,3. Das ist doch schon mal, hört sich doch gar nicht so verkehrt an. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ihr das überhaupt lesen könnt, ne. Das ist halt das Problem. Ich spiele das Ganze auf dem 4K-Monitor, ja. Und ich habe jetzt einfach ein mega kleines Bild jetzt hier auf der rechten Seite. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt lesen könnt. Wahrscheinlich eher gar nicht so 100%ig. Wahrscheinlich müsste das noch größer sein. Weil ich es noch größer ziehe, dann ragt das irgendwo auf jeden Fall rein. Ach, der hat ja schon wieder umgesprungen. Sie verbestätigen. So, das ist jetzt hier Süderburg. Auch hier ziehen wir vollends vorbei. Ah, es gibt ja noch draußen noch auf 160. Oh, wir haben Verfrühung. Was ist denn da los? Minus 0,3. Wunderschön. Aber ich mache auch nichts, ne. Der fährt ja alleine. Ist nicht schwer dann. Ist nicht schwer dann. Also wenn ihr die halt benutzen wollt, diese Zuliex-Displays, ihr müsst in dem Fahrsimulator. Ja, also jetzt hier in diesem Hauptteil müsst ihr in Einstellungen, in Netzwerkeinstellungen und da müsst ihr den Server vorher starten. Sonst bekommt ihr halt immer TCP-Server fehlgeschlagen oder sowas. Ja, müsst ihr den Server vorher starten und dann funktioniert das Ganze einfach ohne Problem. Also ihr müsst euch jetzt nirgendwo registrieren oder anmelden oder sonstiges. Nein, das braucht ihr nicht. Einfach wie gesagt, den Server starten hier bei euch und dann funktioniert das. Ihr habt ja noch sämtliche andere Sachen, die ihr noch zuschalten könnt. Die brauchen wohl alle diese TCP-Verbindungen. Aber das sollte ja nicht eher zu tragisch sein. Da einfach mal schnell mal ins Handbuch geguckt. Werdet das schnell, finde ich. Also für mich ist Zuliex-Displays absolut unter den Top 3. Der 3-Insomulator ist raus, achte meinen Top 3. Also wenn, ja dann wird es wahrscheinlich sowieso nur noch Zuliex. Erstmal, bis mich mal wieder so eine Schrecke wieder umhaut. So, jetzt ist der G-Melder angegangen hier. Seht ihr, eine Geschwindigkeit. Das heißt, ab jetzt sollten wir langsam anfangen zu bremsen. Und uns unter dem roten hier halten. Unter dem roten hier. Hier ist der G-Melder. Unter dem roten sollten wir jetzt bleiben, damit wir keine Zwangskunde kassieren. Auf 160. Aber dadurch macht ja die LZB alles alleine. Und ich sehe auch, wir nähern uns Fahrtende. Leute, das war es schon wieder. Das war schon wieder eine Folge zu sie. Das Wahnsinns. So, es kommt jetzt so. 130. Muss ich immer noch nicht bestätigen. Ja, aber ihr seht, die Displays funktionieren. Also wie gesagt, wenn ihr die hier zukünftig dann haben möchtet, schreibt sie in die Kommentare. Oder falls ihr sie nicht sehen wollt, dann wie gesagt da auch. Vielleicht machen wir da mal so eine kleine Umfrage. Wer das sehen möchte und wer nicht. Da würde ich mich natürlich dann sehr drüber freuen. So, und ab jetzt kommt die Null. Denn da ist, denke ich, dann schon wieder Fahrtende. So, das ist Ölzinn, an dem wir jetzt hier vorbeifahren. Bestätigen die Z-Farm. So, das ist Ölzinn, an dem wir jetzt hier vorbeifahren. Und dann haben wir es für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, Leute, Daumen nach oben da lassen, damit ich sehe, dass ihr mehr sehen wollt hier von ZUSI3. Schreibt es in die Kommentare. Und sonst, ja, freue ich mich natürlich über jeden Kommentar von euch. Ich lese mir wirklich alles hundertprozentig durch. Ich antworte nicht, aber ich lese mir trotzdem alles durch, was ihr so schreibt. So ein schönes, nettes. Und freue mich natürlich immer, wenn ihr schreibt, immer mehr, 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 wir wollen mehr, mehr ZUSI oder mehr OMSI oder mehr Lotus oder sowas. Freue ich mich da halt tierigst drüber. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr alle dabei wart. Wieder zu einer doch heute etwas längeren Folge. Halbe Stunde fast. Läuft. Warten wir jetzt nur noch auf unsere Auswertung. Und dann, joa, schauen wir mal. Wie ihr seht, ich muss einfach nichts machen. Es ist so schön mit der LZB. Wir fahren wie ein Profi. Shoot. So, wir haben zwei Minuten Verfrühung sogar. Na ja, da kann mir, da kann mir da jetzt keiner einen Streck draus ziehen. Heute. So, ja, halt doch an jetzt. Ich will meine Auswertung bekommen. Es kommt keine Auswertung. Warum haben wir keine Auswertung bekommen? Jetzt ist die Auswertung. Jaja, war ja wohl nicht schwer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wir haben null Unfälle, null Haltersignale, null Zwangsbremsung. Zugsicherung, null Zwangsbremsung. Sie verpfeift nicht bestätigt. Verpasste Planhalter haben wir keine. Abfahrt ohne Aufrag haben wir nicht. Verspätung durchschnitt. Null schlechter Fahrstil. Null Türfreiung vergessen. Null. Null Prozent Abzug. Vormachsüberschrittung. Null Prozent. Also insgesamt haben wir ein Ergebnis von 100 Prozent. Das ist wohl das beste Ergebnis, was ich jemals hier in Susi hatte. Und ja, hat doch wieder relativ Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge, wie gesagt, gefallen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Susi. Ich verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.